Miau und willkommen zu diesem Video, in dem ich den Monat November 2020 noch einmal Revue passieren lassen möchte. In diesem Monat wurden die Projekte Tokio Kusanadu X Plus und Genshin Impact weitergeführt. Außerdem wurde das Projekt Killer7 gestartet. Und nun folgen die Highlights. Einfach nur, weil es sein musste wieder. Hier sage ich das jetzt nicht. Hier mache ich dieses Geräusch nicht. Das habe ich jetzt bei allen gemacht, außer bei Asuka. Ich, der grandiose Livingstone. Der? Ich dachte, das wäre eine Frau. Genau. Ich will jetzt niemandes Gender assume, aber ich dachte, der hat Brüste. Der grandiose Frau Livingstone halt. Genau. Da war doch noch das Hähnchen halten. Auch wenn es so ein richtig förmliches Die-Hand-geben ist. Da fällt mir gerade so ein bisschen eine lustige Geschichte zu ein. Wir sind früher mal auf Klassenfahrt gefahren. Ich weiß nicht, das war in der vierten oder fünften Klasse. Ich meine, in der vierten wäre es noch gewesen. Die Kinder, alle, alle anderen Kinder umarmen ihre Eltern und verabschieden sich so von denen, so richtig rührend und so. Und keine Ahnung, ich hatte damals übelste Probleme, Nähe zu zeigen. Und ich habe meinem Vater einfach so die Hand gegeben. So richtig förmlich und habe gesagt, tschüss. Ja, toll. Ich war damals schon ein Sonderling. Ich verstehe, ich verstehe das Tutorial nicht mal. Ich weiß nicht mal, was das Tutorial von mir will. Thanks for the lift. Oh, ist das ein süßes Auto. Ich komme gerade nicht darüber hinweg, wie süß dieses Auto ist und wie sehr es zu Toa passt. Schön, dass das keinen Schaden macht, wenn man so einen Angriff nach unten macht. Obwohl sie so aus 2000 Meter Höhe oder sowas gefallen ist. Warum steht da jemand für die Daily Quest? Ella Musk, ist die zufällig mit Elon verwandt? Wir sind ganz wichtige Leute, die hier offizielles Business haben. Denn wir sind von irgendeinem Schulclub, der sich mit mysteriösen Dingen beschäftigt. Nein, bitte nicht, das war schrecklich. Dieses Spiel vermittelt gute Werte. Immer schön der Mafia helfen. Einfach ein zweites Profil machen geht natürlich auch. Ja, das waren meine Füße auf deinem Kopf. Seems some people saw a suspicious looking shadow the night before. So. So und nicht anders. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Okay, wir müssen irgendwo Boom shakalaka fangen. Vielleicht wächst das ja irgendwo. Vielleicht wächst an irgendeinem Boom shakalaka Baum ein bisschen Boom shakalaka. Es sieht so bescheuert aus. Dieser Brokkoli-Kopf einfach. Thank you for last night, Co. Wie bitte? Was ist letzte Nacht zwischen euch passiert? Es ist etwas passiert, von dem man nie gedacht hätte, dass es passieren könnte. Aber auf diesem Weg, der ungefähr 10 Meter beträgt, habe ich mich doch tatsächlich verlaufen, indem ich in die komplett entgegengesetzte Richtung gelaufen bin und wieder beim Weingut Morgenröte rauskam. Sowas kann auch nur mir passieren. Heißt es, der steht seit zwei Wochen da rum und wartet darauf, dass sie noch vorbeikommt und glaubt auch immer noch, dass sie noch vorbeikommt und will jetzt deswegen, dass sie woanders hingehen, um zu gucken, ob sie da ist? Sure, I'm on it. There's so much wrong with this whole deal. For now, I'd go poke around the station. What the fuck? Der steht seit zwei Wochen da rum. Der muss doch zwischendurch mal was gegessen haben. Das ist so nervig, dass ich hier irgendwie eine Taste gedrückt halten muss. Damit der in diesem Modus auch drin bleibt. Hey, it's been a while. Ist mal wieder schön. Wurde auch langsam mal wieder Zeit für so ein kleines Erdbeben. Das ist schon so lange her. Was? The pants on fire? Was hat sie gerade... Ach so! Die Pfanne, also pen im Sinne von Pfanne. Nicht pants im Sinne von Hose. Ich dachte gerade, wessen Hose brennt. Trägt Xiangling überhaupt eine Hose? Ich kann das gerade gar nicht sehen. Ich hab's irgendwie geschafft, dran vorbeizukommen. Frag mich nicht. Erstmal wieder eine Fluppe anstecken. Man muss ja seinen Schülern auch ein gutes Vorbild sein, ne? Ja, die Stadt Liu ist am Arsch der Welt aktuell. Aktuell, meinst du, die wird nochmal verschoben? Wir nehmen einfach Liu und schieben es woanders hin. Was kann ich hiermit jetzt machen? Da... Mach das auf. Mach das... Mach das jetzt. Ihr müsst euch immer merken, je mehr Titten ein Engel hat, desto stärker ist er. Das ist ein Gesetz, das durch dieses Spiel festgelegt wurde. Ich bin gleich da. Arsch der Welt, ich komme. Ich bin gleich am Arsch. Nein, das war zu weit. Das war... Bin ich jetzt wirklich ganz unten... Ich glaube, ich bin jetzt wirklich ganz unten gelandet. Den ganzen Weg nochmal... Ey, der letzte Dungeon ist scheiße. Der letzte Dungeon ist richtig scheiße. Ich hasse ihn. Er sieht langweilig aus. Man muss ständig die gleiche Scheiße machen. Überall sind die gleichen Gegner. Wenn man runterfällt, darf man wieder ganz von vorne anfangen. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das aus... Es gibt keine neuen, coolen Gameplay-Elemente, außer ganz viel Backtracking. Und es sind immer dieselben Gegner, gegen die man kämpfen muss. Also auch jetzt bossmäßig. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Ey, das ist... Wieso ist da jetzt schon wieder einer, der da runterhängt? Was ist... Was stimmt hier bitte nicht? Einfach die ganze Zeit hin und her wursteln. Das ist die beste Strategie. Das ist die beste Strategie. Hin und her wursteln. Ich nenne sie die Wurstel-Strategie. Warte mal. Habe ich in Mondstadt etwa einen Teleporter nicht aufgedeckt? Ja, tatsächlich hier oben. Und ich bin da immer hochgelatscht. Ja. Versuch's nur. Autsch. So viel zu versuch's nur. Ich sagte, versuch es nicht. Mach es einfach. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Es ist einfach alles explodiert. War ich jetzt ernsthaft? Er ist immer extrem langsam. Aber dann, wenn man mal seine Langsamkeit dafür ausnutzen will, dass er nicht so weit wegfliegt, dann auf einmal hat er so ein Speed drauf, dass er übers Ziel hinausschießt. Äh, natürlich habe ich euch vermisst. Euch. Ihr Gesicht ist da oben. Ja, ich sah das Set bei Kuguraya, wo wir gerade stehen, und dachte, es wäre perfekt für euch. Gut, dass wir genau hier stehen. Ja, in dem Laden habe ich das gesehen. In dem wir gerade stehen. Ich würde auch niemals ein Anime-Spiel spielen, was keine seltsamen Bubwackel-Animationen hat. Das geht einfach nicht. Wer würde sowas spielen? The place blaze used as a hideout. Ich wollte The Blaze Place. Das klingt wie so eine Disco. Aber die waren ja auch in der Disco, ne? Wie hieß die nochmal, die Disco, wo die waren? Wie hieß nochmal die Disco, in der die Blaze-Members drin waren, wo die ihr Heat hatten? Die Disco hätten sie The Blaze Place nennen müssen. Das wäre es doch gewesen. Das wäre der perfekte Name für die Disco gewesen. The Blaze Place. Zeig der mir gerade den Stinkefinger. Die auch immer mit ihren Brüsten wackeln, wenn die sich bewegen. Als ob das so eine total natürliche Bewegung von denen ist. Dass die halt immer ihre Brust nach vorne strecken und mit ihrem Oberkörper wackeln. Ich meine, so läuft doch keiner. Oder fliegt vor allem keiner. Du kannst über die kleine Kante nicht springen. Willst du mich verarschen? 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 Vielen Dank.